Du willst deine Ansichtskarte an einen Freund in Deutschland schicken, aber du weißt nicht, wie man so etwas schreibt. Heute werden wir zusammen eine Postkarte schreiben und ich werde sie an einen meiner Lieblings-Youtubers schicken. RUBOSS. Am Ende jedes Videos sagt er, dass man ihm eine Karte schicken kann und er wird sie an seine Pinnwand hängen. Wir beginnen mit der Adresse von RUBOSS. RUBOSS. Postfach 10 06 29 63 704 Aschaffenburg, Deutschland. Wir beginnen natürlich mit seinem Namen. Obwohl er eigentlich Andrew heißt, schreiben wir hier RUBOSS, denn das ist wie er bei YouTube heißt. Das Wort Postfach bedeutet, dass Postsendungen nicht an seine Wohnadresse geschickt werden, sondern bei der Post in einem persönlichen Fach landen. Die Nummer sagt, welches Fach ihm gehört. In einer deutschen Adresse kommt die Postleitzahl vor der Stadt. Am Ende schreiben wir einfach Deutschland. In den USA müssen wir Stadt, Staat und Postleitzahl schreiben. Wenn die Karte von einem anderen Land kommt, muss man auch USA schreiben. Jetzt können wir den Inhalt schreiben. Da ich etwas mehr schreiben wollte und meine Handschrift schrecklich aussieht, habe ich alles getippt und auf die Karte geklebt. Liebe RUBOSS. Hier schreiben wir lieber anstatt lieber, denn RUBOSS ist männlich. Es freut mich jede Woche deine Videos anzuschauen. Sie sind immer sehr informativ. Jedes Jahr zeige ich meinen Schülern 10 bis 20 von deinen Videos. Sie sind sehr lehrreich, hilfreich und immer schön gemacht. Meine Schüler haben mir seit ein paar Jahren gesagt, dass ich dir eine Karte schicken sollte. Leider konnte ich keine Karten von der Stadt, in der ich wohne finden, da Edwardsville weder groß noch wichtig genug ist, um Postkarten zu haben. Deshalb habe ich dir ein paar Postkarten von St. Louis geschickt. Mit freundlichen Grüßen, Herr Antrim. Liebe RUBOSS. Diese Fotos zeigen das Busch Stadium. Hier spielt die St. Louis Cardinals Baseballmannschaft. Sie haben die World Series 11 Mal gewonnen. Der Name dieses Baseballstadions steht für den Nachnamen einer der beiden Gründer von Anheuser Busch, Adolphus Busch. Er wurde 1839 in Deutschland geboren und hat 1870 mit seinem Schwiegervater, Eberhard Anheuser, die Anheuser Busch Brauerei gegründet, obwohl Anheuser Busch zwischen 1852 und 1870 Bavarian Brewery genannt wurde. Heute machen sie so schlechtes Bier wie Budweiser und Bud Light. Mit freundlichen Grüßen, Herr Antrim. Jetzt muss ich einfach eine Briefmarke darauf kleben und sie nach Deutschland schicken. In ein paar Wochen wird RUBOSS meine Postkarten bekommen. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn du mehr Videos für Anfänger sehen willst, klick einfach den A1 und A2 Link. Wenn man mehr über die deutsche Sprache lernen will, kann man mehr auf meiner Patreon Seite und meinem Blog finden. Wenn du jede Woche Deutsch von mir lernen willst, solltest du auch den Abo-Knopf drücken. Die Sendung wurde live untertitelt. Vielen Dank.